Arbeit bedeutet für mich, meine Fähigkeiten nützlich einsetzen zu können. Arbeit muss nicht immer Zuckerschlecken sein, aber es sollte auch nicht den Vorwurf zur Hölle symbolisieren. Wir leben im 21. Jahrhundert in der Mitte von Europa. Wir haben hier so gesehen die freie Berufswahl und das weiß ich sehr zu schätzen.